In den letzten Monaten habe ich ab und zu Vonovia-Aktien nachgekauft und auch die Aktiendividende von Vonovia kommt ja in den kommenden Tagen. Nun habe ich mir nochmal alle Immobilienaktien in Ruhe angeschaut und tatsächlich, ich habe es getan, nach langer Zeit wandert eine neue Immobilienaktie ins Portfolio. Aber wie sieht eigentlich die aktuelle Situation im Juni 2023 aus? Nun, die Inflation sinkt immer weiter, in Deutschland auf 6,1%, in den USA ganz aktuelle Meldung auf 4%. In den USA könnten die Zinserhöhungen erstmal pausieren, in der EU, da rechnet man noch mit rund zwei Zinserhöhungen. Der Transaktionsmarkt, der öffnet sich immer weiter und die Mieten, die steigen aktuell sehr, sehr stark. Das stützt am Ende natürlich auch die Unternehmen, auch wenn das noch ein bisschen dauert, bis sich das dann vollkommen in den Jahreszahlen widerspiegeln wird. Nun, es gibt Unternehmen, die habe ich schon im Portfolio, Vonovia ist hier zu nennen und wir sehen es vom Aktienkurs, wir befinden uns immer noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, wenn wir das letzte Jahr betrachten. Wenn wir den Zeitraum noch länger ziehen, dann sehen wir, dass es hier tatsächlich noch weiter nach unten ging, aber auf Jahressicht sind wir hier auf jeden Fall nicht mehr am Tief angekommen. Das sehen wir auch bei der LEG, aber wir befinden uns immer noch auf einem ziemlich niedrigen Niveau, wenn man das ganze letzte Jahr hier mit einbezieht. Nun, Vonovia, Europas und Deutschlands größtes Wohnungsimmobilienunternehmen, LEG, das zweitgrößte an der Börse, TAG natürlich auch hier zu nennen, die sich sogar von den 6 Euro wieder auf 8 Euro einigermaßen gut nach oben bewegt haben. Aber nein, diese drei Unternehmen sind nicht ins Portfolio gewandert, sondern ich habe ein weiteres Immobilienunternehmen mir rausgesucht. Ein Video dazu gibt es bereits hier auf dem Kanal und ja, um welche Immobilienaktie könnte es sich hier jetzt handeln. Gehen wir mal in die Details rein. 41.200 Wohnungen besitzt und vermietet man in Deutschland. Man ist einer der größten, ja, Betreiber von Hotels in Europa und auch einer der größten Anbieter von Bürogebäuden und tatsächlich, man zahlt eine Dividende aktuell von sogar über 7%. Die Dividende, die wurde vor kurzem gezahlt für das vergangene Jahr. Man hat also hier weder die Dividende halbiert, noch die Dividende gestrichen. Und ich rede hier vom französischen Immobilienunternehmen Covivio und im Langzeitschart sehen wir, wir sind hier echt auf einem ultra niedrigen Niveau. Vor Corona, da war man bei 115, 120 Euro. Doch was ist Covivio eigentlich? Covivio ist ein französisches Immobilienunternehmen und ein sogenannter REIT, Real Estate Investment Trust mit Sitz in Metz. Und der ist schwerpunktmäßig in Deutschland, aber auch Frankreich und Italien tätig. Dieses Unternehmen, das ist sowohl im Wohnbüro als auch im Immobilienbereich bei Hotels zu Hause. Und hier realisiert man eben auch Projekte, die zum Beispiel Hotel, Büro und Wohnen miteinander vereinen. Das kann man zum Beispiel aktuell in Berlin am Alexanderplatz sehen, wo ein großes Hochhaus von Covivio aktuell entsteht. In Deutschland ist man in Berlin, Leipzig, Dresden, Hamburg und in der Rhein-Ruhr-Region vertreten. Bevor wir jetzt in die Details gehen, warum ich diese Aktie gekauft habe, wie es mit dem Unternehmen aussieht, der Hinweis, das Ganze hier ist keine Anlageberatung. Jeder muss für sich eigene Anlageentscheidungen treffen und ob man eine Aktie kauft, verkauft oder nicht, das ist ganz euch überlassen. Covivio, gucken wir erstmal drauf, was ist Covivio eigentlich, wo ist man aktiv? Und da sehen wir, zu 42% ist das Portfolio in Deutschland, 37% in Frankreich, 15% in Italien und 6% in anderen Ländern in Europa. Europa ist der klare Schwerpunkt und insgesamt hat man 2,7 Millionen Quadratmeter an Officefläche. Man hat 44.700 Hotelräume und 41.200 Wohnungen. Diese Wohnungen ausschließlich in Deutschland. Man ist also über Länder hinweg, als auch über Assetklassen hinweg ganz gut diversifiziert und man hat im vergangenen Jahr trotz eines schwierigen Marktes wirklich gute Zahlen geliefert. 12,7% Like-for-Like-Mietwachstum. Wir haben einen durchschnittlichen Mietvertrag, natürlich den Wohnbereich ausgenommen von 7 Jahren, also die durchschnittliche Laufzeit. Ein EPRA-NTA, also ein Immobilienwert pro Aktie von 106,40 Euro, der sich nicht verschlechtert hat, sondern genauso hoch war wie im Jahr zuvor. Und wir haben 39,5% Verschuldungsgrad und gerade mal etwas über 1,2% Zinsen, die man aufs Fremdkapital zahlen muss. Das waren die Jahreszahlen für 2022. Mittlerweile gibt es auch die Q1-Zahlen. Die sind nicht ganz so detailliert. Hier warte ich noch auf die Halbjahreszahlen, die bald kommen. Da sollte es dann mehr Informationen geben. Aber aktuell ist es so, dass wir ein Umsatzwachstum im Bereich Office haben von 5,1%. German Residential 3,9%, also Wohnbereich. Und 57,5% bei Hotels in Europa macht insgesamt über 11% an höheren Mieteinnahmen, höherem Umsatz aktuell. Gucken wir jetzt zuerst auf den Wohnbereich. Für alle, die LEG, THG, Vonovia, Grand City Properties und Co. im Portfolio haben, sicherlich der spannendste Bereich. Und man ist hier vor allem in Berlin tätig. 57% der Wohneinheiten sind in Berlin, aber auch in Hamburg ist man vertreten, in Dresden und in Leipzig. Dort jeweils mit 8%, also Hamburg und Dresden und Leipzig. Und auch in Nordrhein-Westfalen, vor allem im Ruhrgebiet, mit 27%. Zum Beispiel in Essen ist man vertreten, aber auch in vielen anderen Ruhrgebietsstädten. Auch in Datteln zum Beispiel. Wenn wir hier uns das Ganze angucken beim Mietwachstum. Dann haben wir im vergangenen Jahr ein Mietwachstum von 3,1% gehabt. Hat sich aus unterschiedlichen Punkten zusammengesetzt. Klar, wie bei allen anderen Unternehmen auch. Aber man sieht vor allem in NRW 3,4%. Da konnte man am meisten zulegen. 99,2% des Bestandes sind vermietet. Sehr gute Zahlen an dieser Stelle. Nun gibt es, wie gesagt, Q1-Zahlen. Und da hat sich das Ganze nochmal verbessert. Wir sind jetzt bei plus 3,9% like for like Mietwachstum. 3,9%. Das ist wirklich ordentlich. Da spielt man in einer Liga mit LEG-Immobilien. Und alle anderen Wohnungsunternehmen, die gucken da doch in die Röhre. Also man schafft es bei Covivio aktuell wirklich die Mieten gut zu steigern. Und hier Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Und am Ende natürlich auch Liquidität damit zu erhalten, um durch diese schwierige Phase zu kommen. Der Vermietungsgrad liegt bei 99%. Wenn wir uns aktuell die Situation anschauen, dann stellt man fest, ja, alle versuchen irgendwo zu verkaufen. Covivio stellt das aber ganz klug an. Denn man hat gar nicht so viel in den Verkauf gestellt. Build-to-hold-Projekte sind zu Build-to-sell-Projekten geworden. Hier zum Beispiel 271 Wohneinheiten in Berlin. Und man hat rund 108 Wohnungen in Berlin privatisiert. Also an die Mieter zum Beispiel verkauft. Ansonsten hat man hier nicht allzu viel gemacht. Das hält sich hier relativ die Waage beim Immobilienbestand. Aber man kommt trotzdem an Liquidität. Gucken wir aufs Büroportfolio. Ein Büroportfolio im Wert von 9,5 Milliarden. Und die sind vor allem verteilt auf sogenannte, oder die Core-Assets. Die sind vor allem eben in den City-Centern. 65% hier aller Büroimmobilien. 26% sind außerhalb von den Stadtzentren. Und 8% sind sogenannte Non-Core-Assets. Im Bereich der Büroimmobilien haben wir, wir haben es im Podcast auch gehört, zum Beispiel in Amerika aktuell, wirklich hohen Leerstand, Schwierigkeiten. In den Bereichen, wo Covivio aktiv ist, da kann man aber zumindest die Mieten aktuell ordentlich steigern. Und das sowohl in Frankreich als auch Italien als auch in Deutschland. In Deutschland 7,7% Like-for-Like-Mietwachstum in 2022. Und man hat es auch hier relativ erfolgreich geschafft, Neuvermietungen vorzunehmen. Wir sehen das hier einmal in den Zahlen. 2021 war da ein Rekordjahr. Aber auch 2022 ist immer noch das zweitbeste Jahr bei Pre-Led, also bei Vorvermietung oder eben Neuvermietung. Im Gegensatz zu allen vorherigen Jahren bis 2015 rückblickend. Im Bereich der Büroimmobilien haben wir jetzt im Q1 ein Mietwachstum von 4,8%. Im letzten Jahr waren das erst 2,6% Mietwachstum hier durch Indexierung. Da sehen wir, das sieht wirklich gut aus und insgesamt sind 92% aller Büroflächen bei Covivio vermietet. In Deutschland sind es nur 88%. In Italien beispielsweise hier schon fast 100%. Da sieht es deutlich besser aus. Aber alles in allem muss man sagen, im Vergleich zu anderen Unternehmen sind das gute Zahlen. Kommen wir zum Bereich Hotels. Und da reicht uns eine Grafik, die zeigt nämlich sehr, sehr gut, was Sache ist. In 12 Ländern ist man vertreten mit 314 Hotels. Ein Hotelportfolio im Gesamtwert von 6,6 Milliarden. 43.760 Räume, die man hier ungefähr hat. Variiert immer natürlich ein bisschen, ob man mal ein Hotel verkauft oder nicht. Aber das ist schon wirklich eine ordentliche Anzahl. Und man ist hier vor allem an den sogenannten Prime Locations, also an den Hotspots, wo Tourismus, wo Dienstreisen stattfinden, vertreten. Und dort betreiben dann Hotelfirmen wie zum Beispiel Motel One oder Accor, Marriott und Co. eben die Hotels, die Covivio besitzt oder zum Teil besitzt. Man hat hier nämlich auch oft das Modell, dass Covivio 51% an den Immobilien gehören und 49% einem anderen Investor. Aber hier hat man auf jeden Fall ein großes Hotelportfolio. Gucken wir noch auf die Schulden, denn das ist ganz, ganz wichtig. Dieses Jahr ist quasi nichts, was fällig wird. 260 Millionen. Wenn wir uns die nächsten zwei Jahre anschauen, da sehen wir, da hat man schon einiges reduziert. Im letzten Halbjahr, also 2022, im zweiten Halbjahr 2022, da hat man hier die Schuldenlast schon etwas gedrückt. Das möchte man weitermachen, aber 2024, 2025 wird einiges fällig und darauf stellt man sich aktuell ein. Wie möchte man nun Liquidität bekommen? Nun unter anderem dadurch, dass man auch Objekte verkauft, aber man darf hier nicht vergessen, Covivio baut auch fleißig. Heißt, der Gesamtportfolio-Wert wird sich dadurch nicht sonderlich verschlechtern, wie es bei anderen Immobilienunternehmen aktuell der Fall ist. 1,5 Milliarden möchte man insgesamt bis Ende 2024 hier erwirtschaften durch Verkäufe. Davon sind 200 Millionen bereits getätigt. Das sind aber schon Zahlen, die sind einige Monate alt. Hier könnte man also weitere Fortschritte gemacht haben. Gleichzeitig hat man die Pipeline für neue Bürotürme reduziert auf 2 Milliarden statt 2,5 Milliarden. Man hat in Frankreich Bürogebäude mit hohem Leerstand, die möchte man umbauen in Wohnungen, die man dann verkaufen möchte. Und auch in Deutschland hat man es hier so gemacht, dass man die Build-to-Hold zu einer Build-to-Sell-Pipeline umgebaut hat. Also Neubauprojekte werden jetzt zum größten Teil eben verkauft und nicht mehr selber vermietet. In diesem Jahr 2023 möchte man adjustierte Ebra-Earnings von 410 Millionen erwirtschaften. Ob das klappt, das gucken wir uns dann im kommenden Monat an. Denn dann gibt es am 20. Juli die H1-Zahlen, die wir uns hier dann natürlich sofort ganz in Ruhe anschauen möchten. Welches Unternehmen findet ihr aktuell am spannendsten aus dem Immobilienbereich? Ich finde, Covivio bietet aktuell ein attraktives Rendite-Risikoprofil, wenn auch gleich wir hier sagen müssen, aktuell ist es eine schwierige Situation. Dementsprechend ist der Aktienkurs natürlich auch auf dem Niveau. Aber Covivio hat in den letzten Jahren gezeigt, dass man mit Krisen gut umgehen kann und sowohl den Aktionärsinteressen als auch eben den Interessen von Mietern und anderen Stakeholdern gerecht werden kann. Gucken wir, wie es hier weitergeht. Ich halte euch auf dem Laufenden spätestens dann am 20. Juli und euren Favorit gerne unten in die Kommentare.